Der Bußkanal und zwar mit Star Wars Karten von Tops, Movie Cards Serie 3, 3 Booster, passt, sind schon länger auf dem Markt, brauchen wir nicht viel dazu sagen, fangen wir gleich mal damit an. Da haben wir einmal Romba, einmal Shea, einmal Sky Hooper und einmal Alo. Unsere Power Karte im ersten Booster ist einmal eine Star Karte, Luke Skywalker. Nice. Kommen wir zum zweiten Booster. Einmal Protokoll Druide, ein Fahrzeug, einmal Lea Organa und einmal Lord Grey und unsere Power Karte ist einmal wieder eine Star Karte, Boba Fett. Dritte und letzte Booster dieses Videos. Wollen wir mal sehen, ob sich der Pull noch steigern kann. Sieht nicht so aus. Einmal Lars, einmal Tai Po, ein Puzzleteil, einmal Kampf-Druiden-Pilot und einmal Shark Tai. Naja, ein Base Pack im letzten Booster, kommt mir irgendwie bekannt vor. Das waren drei Booster zur Star Wars Karten Serie 3 von Movie Cards. Zwei Star Karten, naja, geht so. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal. Bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal.